und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr einschaltet hier ein kleines update zu der letzten news jetzt hier und zwar ging es ja in der letzten folge um den leitstellen simulator ich hatte ja so ein bisschen bedenken geäußert muss mich aber dazu noch mal ein klein wenig entschuldigen die news die ich aufgenommen hatte jeweils schon ein paar tage her gewesen bevor denn ein kleines statement von pdp software kam und dieses statement möchte ich euch natürlich hier noch mal kurz erläutern natürlich habt ihr das ganze schon in den kommentaren verfasst aber um den zuschirern zuschauern das ganze noch mal zu zeigen hat pdp software sich hier selbst noch mal zu wort gemeldet und zwar haben sie geschrieben der leitstellen simulator ist ein extra dlc für um sie 2 das aber auch mit dem bbs kompatibel ist beide produkte sind unterschiedlich und ergänzen sich gegenseitig der busbetriebs simulator konzentriert sich dabei auf die verwaltung und das spielen in einem virtuellen busbetrieb der leitstellen simulator auf das gemeinsame veranstalten und fahren von leitstellen fahrten das 3d betriebsgelände ist eine sehr umfangreiche überarbeitung des bbs betriebsgelände genaue changelog kommen wir später dazu bbs user erhalten das neue betriebsgelände als gratis update summe wird auch die kompatibilität zwischen den produkten sichergestellt außerdem erhalten bbs user einen rabatt auf den leitstellen simulator also hier wurde noch mal ganz normal noch mal bestätigt also es sind beide dlcs man kann sie beide benutzen ob man nicht zu den einen hat oder den anderen aber das ist genau das ding was ich ja in der letzten news hier angesprochen hatte wo ich ja so ein bisschen bedenken hatte bis jetzt hier mit diesem text aufgelöst worden und kommen wir mal gleich zum busbetriebs simulator denn hier gab es also ein oder ist jetzt für demnächst jetzt ein großes update angekündigt worden zu beginn der exklusiven beta des leitstellen simulators erhalten alle busbetriebs simulator spieler ein großes kostenloses update für das betriebsgelände neues bürogebäude stark optimierter ladezeiten neue charakter neue personalisierung im betrieb herzliche willkommen meldung zur begrüßung bilder für depotplakate frei einstellbar vergrößertes schwarzes brett neue platzhalter bus repaints bei platzhalter bussen können nun getauscht werden neue vegetation aktuelle uhrzeit wird nun angezeigt neue stühle und stehtüche kein hinsetzen aufstehpack mehr den kennen wir nur zu gut stark überarbeitete ui mit neuen hinweismeldungen neues hauptmenü ladescreen nun auf deutsch werkstatt überarbeitet überarbeitete footsteps sounds tag nacht zyklus überarbeitet back behoben durch denen die lichter beim betreten des betriebs immer eingeschaltet waren fehler behoben durch den man den falschen charakter bekommen hat fehler behoben durch den man beim interagieren mit einem bus dauerhaft eingefroren ist und weitere diverse bug fixes wurden hier also noch getätigt und das wie gesagt erscheint jetzt im dezember als kostenloses update für alle busbetriebs simulator und habt ihr ja gehört dass es ein eine preisreduzierung denn geben wird wenn ihr den busbetriebs simulator habt könnt ihr noch mal sparen für den leitstellen simulator aber man zum nächsten thema lotus bremen wurde angekündigt wir stellen vor lotus bremen nach omsi 2 edon bremen nord wird es zeit für ein neues kapitel mit dem lotus simulator der augulus software gmba arbeiten wir an der virtuellen umsetzung der bremer straßenbahn linie 6 die linie 6 ist eine der hauptverkehrslinien in bremen täglich befördert sie menschen zum flughafen zur universität und in die stadt unser ziel ist es die linie 6 möglichst realistisch im lotus simulator darzustellen dafür haben wir uns ein team aus bisher fünf leuten aufgebaut zu denen nehmen zwei strecken des einen objektbauer und zwei fotografen gehören in der nächsten zeit werden wir immer mal wieder vom projekt berichten beachtet jedoch dass wir uns für keinen festen release termin setzen da die software noch relativ neu ist und die vorbereitungs- und dokumentationsphase für ein solch umfangreiches projekt noch läuft gibt es nicht täglich etwas zu berichten starten möchten wir jedoch mit einem bild wird es die enthalte stelle flughafen süd zeigt das wie gesagt stammt jetzt aus den aktuellen facebook post das könnt ihr euch ganze durchlesen ich habe euch das ganze in der video beschreibung reingepackt um sie zwei dresden hat ein kleines video veröffentlicht wird es das winter update zeigt neuer trailer für um sie zwei dresden mit dem namen winter update wird es noch in diesem dezember erscheinen soll neu hat das ab jetzt ist die linie 63 und viele weitere verbesserungen schaut euch dazu den trailer auf youtube an wir haben das ganz natürlich wieder uns angeschaut wir finden das ist eine klasse sache wir finden um sie zwei dresden ist eine sehr sehr schöne freeware karte unbedingt mal angucken den link zum video findet ihr unten in der video beschreibung könnt ihr euch ja gerne mal anschauen kommen wir mal zu transport fieber transport fieber 2 erscheint er jetzt nun demnächst wer das spiel voller veröffentlichung am 11 dezember erwirbt erhält eine vorbesteller rabatt von 10 prozent zudem erhalten alle die bereits den vorgänger transport fieber auf dem besitzen einen speziellen anrechenbaren rabatt von 15 prozent das bedeutet dass der über diejenigen die bereits transport fieber 2 besitzen bis zu 25 prozent erhalten können transport fieber 2 bietet über 170 jahre an echter technologie und geschichte sowie stark verbesserte futures mit den und kunstvollen neuen welten des transports erschaffen werden können er lebe in drei einzigen alten story kampagnen inklusive voiceover und cutscenes die größte logistischen herausforderung von 1850 bis heute nutzt über 200 realistisch dargestellte fahrzeuge bezüge busse straßenbahnen lkw flugzeuge und schiffe sowie modulare bahnhöfe häfen und flughafen aus europa amerika und asien wer das spiel auf gamesplanet.de kauft spart bis zu 13 prozent für leute natürlich die den ersten teil nicht besitzen sparen natürlich auf gamesplanet.de drei prozent mehr und ihr unterstützt automatisch unseren kanal damit ohne mehr kosten den link zum kaufen auf gamesplanet findet ihr hier in der video beschreibung und weil wir es ja gerade angesprochen hatten wir sind aktuell partner von gamesplanet.de die links in der video beschreibung sind sogenannte rev links wenn ihr über diesen link dieses spiel kauft unterstützt ihr damit automatisch auch den kanal öPNV simulation ohne dass für euch mehrkosten entstehen ihr spart und spendet automatisch und weil wir gerade dabei sind aktuell könnt ihr ordentlich beim train simulater und train sim world sparen und das sind aktuell die neuesten news hier das musste ich noch mal loswerden bevor das ganze jetzt in die nächste news mit rüber getragen wird die innerhalb von ein paar nächsten tagen erscheint aber ich bin mir zufrieden wieder zu hause zu sein euch wieder schön zu unterhalten und freue mich natürlich auf die nächste zeit bis zum nächsten urlaub dauert nicht mehr lange also von daher weiter zocken und bis zum nächsten mal tschüss